Ein herzliches Willkommen zurück hier zu Schatten des Krieges, Leute. Wie schon vorhin angekündigt, also beziehungsweise im letzten Part, werden wir gucken, was es mit diesen Schattenkriegen auf sich hat. Und, oh, hier ist ein bisschen was zum Aufsammeln. Und wir werden das hier mal antippen. Und mal gucken, ob das... weiß ich nicht. Also wenn das wirklich immer so Fights sind, so Belagerungsfights, dann würde ich das dann lieber Offscreen machen. Oder so. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es band habe. Weil ich bin mir auch nicht sicher, ob danach noch was kommt, ehrlich gesagt. Ob wir dann doch noch gegen Sauron kämpfen können oder so. Da steht ja alles in den Sternen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden uns aber die erste Verteidigung hier mal anschauen zusammen. Und dann irgendwie entscheiden, ob das folgentauglich ist. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, das Spiel ist völlig blind für mich. Immer noch. Und jo. Und vor allem mal gucken, was da auf uns zukommt, jetzt armeetechnisch. Gucken wir mal hier, ne? Oh. Das sind die Gegner, die jetzt kommen. Und ich bin da drüben. Hä, was? Entzündet ihr Pfeil und lasst Feuer... Ach, Feuer. Fernbogen schützen, Giftminen. Feuerminen. Giftminen, Feuerminen. Ach, ich bin da unten gelandet. Ach so, sorry. Also ich habe mein Oberherr natürlich dabei. Festes Steinmauer. Verstärkte Steinmauern. Metallmauern. enorm viel Schaden standhalten. Besser standzuhalten. Die Angreife abzuwehren. Machen wir mal das da unten. Dann hätten wir hier noch den Häuptling Krakorn, der Nörgler. Der kann was machen? Eisentore, Gift... Speyer, Feuerspeyer. Machen wir mal Gift... Nehmen wir mal Feuerspeyer. Dann hätten wir hier noch den Häuptling Mosu, der Donnerer. Ach shit, ich hätte vielleicht die Häuptlinge austauschen sollen. Kann ich das noch machen? Könnte ich theoretisch. Ich glaube, das mache ich auch. Weil ich habe viel Stärkere eigentlich. Ihn zum Beispiel. Ja, oder... Weiß nicht. Wo ist er? Ne, ich habe doch noch... Ja, ihn zum Beispiel, genau. Und den Häuptling vielleicht... Den kann ich nicht austauschen. Okay. Was hat der? Der hat auch wieder Feuerspeyer drin. Der Häuptling Asgarn. Der kann... Wildenhort, Schildträger oder Jägerhort. Machen wir die Jägerhort rein. Dann könnte ich hier noch einen kaufen, oder was? Kann ich, okay. Und könnte dann noch einen Häuptling reinsetzen. Das ist von mir aus er da. Und der kann was machen? Giftige Belagungsbestien. Giftige Belagungsbestien. Ne, was? Feuerige. Machen wir hier mal Gift. Dann kann ich noch eins kaufen. Da muss man jetzt also die Festung und so verbessern. Dauerhaft. Okay, verstehe. Dann nehmen wir noch Nook der Wall. Der Wall. Ja, so rum. Kriegskaragor. Oh, cool. Höllenfeuer. Oh mein Gott. Das ist krass. Kriegskaragor. Das mit den Drachen ist krass. Ja, wir nehmen die Drachen. Das ist ziemlich krass. Und wir können auch einen kaufen. Beziehungsweise einen erweitern. Und wir hätten da noch Nook der Wächter. Wir haben eigentlich einige Starke gehabt, ne? Wo sind die denn? Kehlenschlitzer. Ah, ich hab die halt alle nicht trainiert jetzt, ne? Der Wächter wär noch stark. Hier, der da. Der kann Mauerspieße. Äh, okay. Feuerschützen. Fernbogenschützen. Okay, nehmen wir die Feu... Nehmen wir die Spieße. Dann können sie nicht hochklettern. Und ihn kann ich auch machen, Alter. What the fuck? Ich kann die ganze Festung quasi erweitern. Dann nehmen wir noch den... Ja, wer nehmen wir denn da noch? Ich glaub, ich nehm den Schlitzer. Und der kann dann noch folgendes. Feuerminen. Machen wir Feuerminen. Okay. Dann wären wir bereit für den Fight, würde ich sagen. Alter, what the fuck, ey? Was mir alles machen kann. Leute, ich glaub, ich geh direkt runter. Ich hab Bock. Hab richtig Bock zu fighten. Oh, ich sollte vielleicht nicht in meinen eigenen Feuerminen sein und so. Und tschüss. Wir nehmen wollen direkt ihn ein, hier. Ihn können wir direkt töten, hier. Das ist alles kein Thema, eigentlich. Er ist direkt gestorben, Alter. Weißt du, was... Was ist das für ein Herrscher? Wir siegen die nächste Welle. Okay, der hat keine Munition mehr. Das heißt, den töten wir kurz. Ich hab 31 als Kombo-Kette, Alter. What the fuck? Er ist auch tot. Er läuft bei uns, Leute. Die kommen ja gar nicht rein. Die kommen ja nicht mal rein. Die sterben direkt. Wie geil ist das denn einfach nur? War das nicht meine eigentlich? Den hatte ich doch schon mal. Gut, der wurde mir weggenommen, oder was? Jetzt ist das eigentlich meine Ork, Mann. What the fuck? Wieso das denn? Den will ich wieder. Das lass ich mir nicht gefallen. So, dann nehmen wir den kurz ein hier. Oh, 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 oh. Ja, keine Chance, die Leute hier. So, komm mal her. Wir haben eine krasse Verteidigung, muss ich sagen. Ja, du kannst ja malen. Kämpf weiter. So, dann hätten wir da hinten noch einen. Oh, die haben so Dinge aufgestellt. Müssen wir unbedingt zerstören. Weil die sind ziemlich kacke. So, danke schön. Oh, die haben mich schon gesehen. Oh, der lebt auch wieder? Alter, den muss ich unbedingt haben. Der hat uns, der hat uns schon mal getötet. Den müssen wir unbedingt haben, Leute. Der ist übelst episch. Ich glaube, den habe ich letztes Mal aus Versehen getötet. Bin mir nicht sicher. Boah. Hör auf, Mann. Alter, das geht hier ab. Ich check gar nichts mehr. Aua. What the fuck? Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß, du bist aggressiv und so, aber... Oh, dahinten blutet einer. Oh, scheiße, ey, Leute. Das wird knapp. Wow. Das war auch knapp. Das war ziemlich knapp. Ich hole mal unseren Kollegen zurück. Zack. Und dich nehme ich kurz ein, weil ich brauche Leben. So geht das ja nicht weiter. Kampflinie durchbrochen. Was? Okay, die Drachen machen das. Alter, wie krass. Einfach. Das ist so krasses Spiel, Mann. Oh, oh. Karagors. Das ist nicht so geil. Ähm. Es sind ziemlich viele Karagors gerade. Ich glaube, ich gehe mal wieder in die... Boah, der Drache geht ab. Ich gehe mal wieder hier hoch und, äh... Halte mal kurz hier die Stellung. Na, komm. Jetzt zeigen wir es ihm. Also, was geht hier ab? Er zündet euch hier rumgehüpfen. Na, super. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Okay, warte mal. Lebt... Ist einer auf dem Boden von uns? Nee, ne? Aber der könnte mal weggehen. Der nervt nur. Ach, schusssicher ist der auch noch. Ah, GG, ey. Es haben ihn schon wieder getötet. Scheiße. Ich wollte den einnehmen. Das ist echt schade gerade. Dann wollte ich nicht töten. Besiege die nächste Welle. Ach so. Da kommen noch mehr. Ja, dann bleiben wir mal hier drin, oder? Dann verteidigen wir mal die Linien hier. Erst holen wir uns deine Festung. Dann machen wir Gorau aus dir. Das ist alles, wofür Schweine wie du sich eignen. Ach ja, dann komm mal her. Dann komm du mal her, du 31er. Du willst heute sterben, weißt du das? Zack. Zieht sich zurück, ernsthaft? Ach, Alter, ey. Das ist ja fucking Cargo aus, Mann. Okay, jetzt aber. Was ist denn weh? Ich muss ihn töten hier. Okay, das war's für ihn. Leb wohl. Easy. Da bekommen wir eigentlich diese ganzen Cargos die ganze Zeit her. Oh. Da ist wohl einer schon hingerichtet worden. Nice. Um den müssen wir uns jetzt auch nicht mehr kümmern. Hier kommt klar, wie ich's sehe. Boah, ey. Leute, Leute, Leute. Was ist hier los? Was geschieht hier gerade? Was geschieht hier gerade? Was geschieht hier gerade? Ach ja. Leichtes Ziel. Ja, easy. Okay, komm. So, komm, den nehmen wir. Na super, Alter, weißt du? Na super, Alter, weißt du? Den einzigen, den wir kriegen können, und dann kriegen wir ihn nicht. Jetzt ist er auch noch immun gegen die Scheiße. Du hast aber nicht gewonnen. Ich gewinne. Holen wir ihn uns. Weil ich entkomme. Scheißrig wärst du. Oh, du wirst jetzt nämlich qualvoll sterben, mein Freund. Ach, der ist echt im Kommen jetzt, oder was? Okay. Gebiet verteidigt. Ja, nun? Etappe abgeschlossen. Belohnung plus Fähigkeitspunkt. Okay. Der Schatten... Was ist die Schattenkirche Etappe 2? Und das ist jetzt im anderen Gebiet, oder was? Okay, das geht immer so weiter. Nuren wird belagert. Ja, dann gehen wir halt nach Nuren. Hier haben wir alles gemacht, ne? Na gut, dann müssen wir jetzt alle... Alle Festungen jedes Mal verteidigen. Und dann passiert wahrscheinlich am Ende irgendwas, oder so. Keine Ahnung. Die machen wir noch zusammen, auf jeden Fall. Und die anderen machen wir wahrscheinlich dann off-screen. Ich weiß noch nicht. Wie ihr wollt? Ja, ich... Eigentlich müsste ich warten. Na, auf die Kommentare. Eigentlich. Na, ich weiß nicht. Na, ich überlege es mir auf jeden Fall. Aber wir machen auf jeden Fall nur noch zusammen. Und dann gucke ich mal. Wie es weitergeht. So, wo ist denn das gute Stück da oben? Können wir da irgendwie schneller hin, als da? Ist gut, ne? Ja. Äh, ich muss da lang. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen eine stärkere Armee, soviel ich noch weiß. Bin mir aber gerade echt nicht sicher. Wir können sie uns gleich anschauen. Äh, Etappe 2 wird ein bisschen schwerer, glaube ich. Also, ich glaube, ich würde diesmal nicht rausstürmen. Also, ein bisschen, äh, unüberlegt. Aber ging eigentlich ganz gut, ne? Ist mal ohne Spaß. Ging eigentlich ganz gut. Kann ich da nichts anvisieren, damit das schneller geht? Ne. Ach, Mann. Muss ich da extra noch hinlaufen? Das mag ich gar nicht. Dieses Hinlaufen immer. Ja? Ich will getragen werden von einem Drachen. Ich will nicht hinlaufen. Ja, mal gucken, was hier geht. Stufe 355. Na gut, Verbesserungsvorschläge. Alles klar. Dann machen wir das mal. Dann müssen wir hier alle erwerben. Erwerben. Und erwerben. Und auch erwerben. Damit die hier keine Chance haben. Ich glaube, wir haben hier ziemlich starke Leute. Jo, fängt nämlich schon gut an. Ein 40er. Ich habe noch ein 42er. Ja, ja, die sind echt gut hier. Ah, hier ist das Gune, den ich gesucht habe. Ihn nehmen wir auch mal mit. Dann hätten wir noch... Nehmen wir ihn noch mit. So, die müssen wir austauschen wahrscheinlich. Die sind ein bisschen schwach. Vielleicht gegen ihn. Der 32er gegen... Zermaler. Oh nee, da ist der Zermaler. Guck mal. Also, wir nehmen... Metallmauern. Wir nehmen... Die Feuerspeier. Die waren ganz gut. Wildenhort, Schildträger, Jägerhort. Wir nehmen wieder die Wilden. Hier nehmen wir... Feuerliche, Giftige. Die Giftigen waren ganz geil. Kriegskaragor. Höllenfeuer. Das war auch ziemlich nice mit dem Drachen. Feuerschutz nehmen wir diesmal mit anstatt Spieße. Und dann hätten wir hier noch Giftminen oder Feuerminen. Nehmen wir die Feuerminen. So, dann wären wir Level 388 und ich würde sagen, wir sind bereit. Irgendwie ist das cool. Ich glaube, ich mache alles mit Folgen, Leute. Irgendwie ist das echt cool. Oh, Urede in der Ure. Der ist so cool. So, wir müssen uns erstmal die da kümmern. Das sind nämlich ziemlich scheiße, die Typen. Ist der schon tot, oder was? Oh. Ne, der ist nicht tot. Den können wir kurz beherrschen, oder? Bevor er stirbt. Und dann können wir noch ein bisschen reinballern hier. Ah, die haben Gift gewählt. Guck mal eine an. Ja, werden sie schön vergiftet und angebraten. Oh, und den töten wir jetzt. Tschüss. Okay. Da ist der Große. Da ist noch einer gebrochen. Was ist das? Ein Karagor. Der ist tot. Da ist ein Schwacher. Steht's auf der Hut. Scheiße. Ach, halt doch die Backen, ey. Also, was hat der? Leichtes Ziel? Okay. Ein ganz normaler Typ, wie das ausschaut. Alter, misch dich nicht ein, ey. Der Nerv ein bisschen da. Aber warte mal, wir können ihn beherrschen. So. Scheiße. Hätte ja klappen können. Na, wofür brennst du halt? Ist mir doch auch egal, ey. Weißt du, ich hab's ja versucht, wenigstens. Ich hab's versucht mit dir. Das war's für dich, mein Freund. Oh, Elin, der Ober. Tschüssi. Oh, der mag nicht so hier, oder was? Ah, die krieg ich auch noch. Das ist scharf. Erspar dir den Ärger und stürz dich in dein Schwert. Das tut weniger weh, als dieser Eroberung zuzusehen. Okay, best hinfütter, blablabla. Alles klar. Aber ein normaler Gegner. Muss man auch keine Angst haben, eigentlich. Der hält aber viel aus, wie der Kleine. Ich hab's nicht mehr raus. Oh, oh. Ich muss mich langsam zurückziehen, Leute. Das wird ein bisschen ernster. Es ist... Es scheint... Ihr macht das, Drachen. Ah, der macht das schon, der Drache. Was sind eigentlich meine ganzen Truppen? Leben die noch? Oh, da sind die alle tot. Ah, jetzt zu dir nochmal. Schenkst du nicht so begeistert zu sein, dass ich dich immer töten will, die ganze Zeit, hm? So. Ey, ich seh nichts mehr. Oh, der wurde zerfetzt. Oh, der Drache aber auch. Okay, ich muss hier weiter. Irgendwas ist hier noch kaputt oder so. Au, lass mich in Ruhe. Wer ist es? Warte mal, stopp. Was, was, was? Wurde er gerade getötet? Ah, verstehe. Ich dachte, ich hab schon einen verloren jetzt, ey. Hör mir doch auf. Gut gemacht, Leute. So. Da hatten wir 20.000 Karagors, ey. Und da fehlt noch ein 36er. Und A wird eingenommen. Wo ist A? Ist A nicht safe? Und vor allem, wo ist der Typ da? Was macht der da an der Mauer? Will der da hochklettern oder was? Ist er durch? Du denkst du ernsthaft, ich lass dich hier hoch. Was macht der da unten? Wie dumm zu denken, meine Festung in Morde halten zu können. Und wenn du denkst, dass du oder deine Verräterbande den Tag überlebt, bist du sogar noch dümmer. Okay. Ach, der ist auch noch immun gegen die Kacke. Hab mir ja fast denken können. Der ist auch noch frostfest, Alter. What the fuck? Was ist denn der noch alles? Ouch. Nein, den kann ich ja gar nicht besiegen, dann. Oh Mann, ey. Da muss ich aber echt was niederknüppeln hier. Ja, ich weiß, dass der frostfest ist. Der ist bestimmt nicht... Der ist bestimmt nicht... Ja, genau, wusste ich doch. Alter, lass mich denn bitte... Oh, verpiss dich doch. Meine Fresse, ey, die Typen, ey. So, rekrutieren. Ja, geht doch. Ja, super, weiterkämpfen, komm los. So, die nächsten drei. Leute, ihr müsst euch sammeln. Ah, ist bald dauernd. Ich muss mal zu A rüber. Warte mal, hier ist auch einer reingekommen schon. Wir sind auf dem Übungsgelände genauer, wo wir sie haben, voll. Einmal kannst du doch aufgeben und uns die Festung überlassen. Doch nein, mit dir muss immer alles Kampf sein. Ihr mögt doch Kämpfe. Was sollst du rum? Furcht vor Festnageln, perfekt. Wie, Punkt verloren. Oh, scheiße. Das ist weniger geil. Ach, komm, laber doch nichts. So, komm, den letzten mal kurz nieder jetzt. Müssen wir uns echt ein bisschen beeilen, ne? Wir haben jetzt einen Punkt verloren. Wie viel hält denn der eigentlich aus, der Typ? So, komm mal her. Autsch. Nochmal, komm. Okay, jetzt aber komm, komm zu mir. Ja, mir. Misch dich nicht ein. Misch dich nicht ein. Misch dich nicht ein. Misch dich nicht ein. Alter, meine Fresse, ey, der Typ. Oh, ey. Verpisst euch doch mal, Mann. Das gibt's nicht, ey. Das ist ein Nervensägen. Das ist unglaublich. Muss ich echt deine ganze Armee tüten, damit ich dich fesseln, einnehmen kann, oder was? Das ist echt, das ist nervig, ne? Penentrant und nervig. Ich werde dein Haus erwählter. Dann kämpf du mal für mich weiter. Ja, ich brauche Hilfe. Ach, alter Leute, chill doch mal. So, und ich nehme auch direkt mit, bevor du stirbst. Ich glaube, der stirbt, bevor ich den aufnehme. Ne, hat noch geklappt. Ebenso weiterkämpfen, mein Freund. Geil. Das ist mit dem jetzt nicht in Ordnung. Oh, oh. Oh, komm, lass den töten. So. Aus die Maus. Alter, blutet einer. Ja, ich bin schon da. Ja. Jeder Schrei nach Hilfe. Jeder Verteidigungsschlag. Sie zögern das Unvermeidbare hinaus. So. Ah, komm, dich töten wir auch. Du bist auch unnütz, ey. Oh, du bist aber flink wie die... Du bist flink, Alter. Aber leider zu schwach für uns. Lebe wohl. Tarz. Sieg. War gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Gebiet verteidigt. Nuan. Jetzt haben wir wahrscheinlich, äh, das Nächste ist wahrscheinlich, äh... Gorgorot oder Sergost, oder wie das heißt. Aber es wird immer schwerer, ne? Es ist schon krass jetzt. Ich glaube, wenn ich das Nächste mal aufnehme, muss ich die leveln, Leute. Ja, das ist schon nicht, das ist schon nicht ohne. Ja, Sergost wird belagert. Na, ist klar. Gut. Wieso ist das hier rot? Wieso ist das hier rot? Wieso ist das hier rot? Ähm. Ich glaube, da gibt es ein bisschen viele Etappen, Leute. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Ob ich es überhaupt zeige, oder ob wir uns dann beim Endboss sehen. Ich habe keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschöö.